Geiles Bohrn eigentlich. Ausgerechnet jetzt macht er Schlappmann, da hat schon einer die Beine in die Hand genommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo liegt denn der Scheiß? Ach da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, die Scheffs kommen ja wie gerufen eigentlich. Mist. Ich muss ja noch Skeff-Kills machen. Ja. Ich habe einen Rettock nicht mal gesehen. Hier ist er! Ja. Ich bin ein Rohrspatz. Alter. Er ist voller Hass. Das ist halt der Nachteil auf Interchange. Der Vorteil, nachts ist es nicht wesentlich dunkler. Nimmt sich nicht so viel. Ich bin ein Rohrspatz. Ja. Und da ist es ein Rohrspatz. Und das war's, in der Luftkipof gibt. Ja. Ah, ja. Und jetzt? auch wenn wir schon mal da sind so jetzt nur noch vor zum gut so weit so gut jetzt noch schnell ins oli rein so 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 jetzt schon wieder hatten wir doch heute erst das video da fröhlich die treppen runter schade ich hatte eigentlich gehofft dass er weiter hinter kommt der hat mich doch eigentlich auch gesehen oder nicht so 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 Er hat es mitgekriegt. Ja, komm hoch! Aber wolltest du mich verkackeiern? Wie viel hat denn da geschluckt der Hund? Da unten dreht sich noch ein Skeff. Ich habe einen Mech verloren. Aber das soll nicht, weil er wild sein. Das werden wir schon finden. Okay, die haben wir komplett runtergeschossen. Ach, mein Magazin. Jetzt bin ich wieder zurück. Hier hat es doch aber noch geknischelt. Draußen lief auch noch so ein Scharlatan. Das ist ein Scharlatan. Da oben war einer. Da draußen ist einer. Ach, da ist einer da hinten. Da unten ist ein Scharlatan. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020